Wir sind dabei. Hallo Leute, willkommen zum vierten Film des Adventskalenders. Ja, Anime müssen nicht immer teuer sein, wie man sich hier in dieser Ruchyubo-Box sieht. Für 3.980 Yen bekommen wir die komplette Serie. Sind umgerechnet 35 Euro. Dafür bekommen wir bei uns manchmal nicht mehr eine Volume. Also natürlich, Anime-Neu sind teuer hier in Japan. Auch sehr teuer und auch hier gibt es einige Komplettboxen, die teuer sind. Aber man kann auch unglaublich gute Schnäppchen machen, wie man sieht. Sei es bei 1GVD, für 2 bis 600 Yen oder komplette Serien. Ich habe jetzt gestern Oremo für 5.000 Yen gesehen. Und ja, das, was wir mal gesagt haben, damit auch dieser Mythos, ja, Anime sind teuer, aber man kann sie in Japan auch billig bekommen, was für uns natürlich nicht der Fall ist. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im 5. Türchen wieder. Alles klar.